Da sind wir wieder zurück zu Let's Play Crysis 2 Ich hab mit all dem ein ziemlich unnötiges Gefühl Ich hab keinen Plan wo ich hin muss Und die Musik voll traurig ist Hä wo ist ich denn hin? Ich bin confused Da hin oder? Ok Da lang Boah bin ich gut Achtung an aller Einheiten Sichtung von Prophet bestätigt Er ist unterwegs durch das Krankenhaus Ich bin confused Ich bin confused Er kommt hier entlang Ach.. Chimpao Mann am Boden! Wir haben einen Mantle an Ohren. Sechner durchsuchen. Zwei mittler Koordinaten. Kein Kontakt. Alles sicher. Du, 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 du. Leck mich am Arsch, du. Das war knapp. Das ist EMP. Das ist die EMP-Falle. Fällt mir ganz und gar nicht. Das ist voll EMP-Tier und so. Finde ich, finde ich nicht gut. Ich muss da rein. Ist das ein Witz, oder? Die verlangen nicht echt von mir, dass ich da reingehe, oder? Ha, doch, tun die. Ah, scheiße. Ich will nicht. Ich will da nicht rein. Ich soll jetzt schon, dass ich versage. Ja, wie soll denn das tun? Ey, dass hier die Hilferei nicht ist. Ist da ein Witz, oder? Ich vergleiche. Ich werde schlafen, dass ich da jetzt bin. Ich habe dazu. Ich habe da. Warte, geht's. Wo? Darauf hab ich gar nicht geachtet. Krieg ich mich am Arsch. Der ist ganz schön auf. Der ist ganz schön pfiffig, der Junge. Ja, guck da weiter hin. Guck da weiter hin. Bin ich gut. Idiot. Nö, ich würd' ich nicht. Oh, das ist nicht gut. Alles. Darmfeld aktiviert Puh, das sind ganz schön viele. Darmfeld aktiviert. Da kommt man auch noch ein Geschütz, ey. Überall. Guckst du mal da bitte weg? Ich meine das nicht, wenn er hier hinschaut. Genau hier hin. Muss das sein. Das hier ist gar nichts hier drum. Ich musste gar nicht nach hier oben. Voll umsonst und so. Oh Mann, oh Mann, oh. Wie komme ich denn in das Gebäude da rein? Dann frage ich mich ja. Das will ich ja wissen. Warte mal. Das ist mir alles zu langsam, ist das hier. Habe ich hier rein? Ne. Leide noch mal eine... Jo. Geh noch mal hier rum. Kannst du ja nicht angehen. Ah, hier. Ah, okay. Ich muss ja gar nicht die Geschütze und so ausschalten. Aber naja. Besser machen als lassen. Ne. Ist einfach. Später. Ein bisschen. So. Gut. Lockhart weiß es zwar nicht, aber die Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Und die ist bald überlastet. Ach. Wenn sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Dann verpackt die Leute die Energie um und deaktivieren die EMP-Falle. Was ein Idiot. Was ist? Was? Mensch, hast du was? Scheiße. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich war nicht hier. Ey, ich bin nicht Prophet. Ich bin euer Freund. Ich bin von Quytek. Hallo. Was habt ihr? Nichts habt ihr. Von wegen. Deinem, oder? Dankeschön. Oh, eine Kaffee-Dose. Boah, ich könnte das echt eintrinken. Leider habe ich einen verkackten Helm hier drauf. Das ist ein Witz, oder? Nicht gut. Ah. Ah, cool. Ausgezeichnet. Und jetzt so schnell wie möglich raus da. Cell hat das Ganze bestimmt mitgekriegt. Und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Verlasse die Fahrflusspassion. Tarmfeld aktiviert. Wo ist sie denn? Tarmfeld aktiviert. Nano-Vision aktiviert. Boah, es ist voll duster, ey. Vision aktiviert. Boah, es ist übel, du. Tarmfeld aktiviert. Dann. Alle weg. äh, ich bin total verbrüht, Alter. Boah, ist das ein Zappen-Duster, ey. So, ich bin schon besser. Die dürfen gar nicht darüber nachdenken, was sie getan haben. Schwippen. Da, 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 da. Na, 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 na. Schwippen. Sie schicken Verstärkung zur Trafo-Station. Sie müssen vorsichtig vorgehen, Alcatraz. Wir sind so weit gekommen. Sie dürfen jetzt nicht versagen. Ja, klar. Tomfeld aktiviert. Wir treten das Pferd nach raus. Bitte. Noch ein Wiege, äh, was wird die alles machen? Die ist ja unglaublich, ey. So. Tomfeld aktiviert. Mann, sind die dumm. Warning, okay. So, welchen Tod ist das? Ich sag von dem Anzug, Elektrizität die Schwäche ist, ist ganz schön nachteilhaft. Kann das sein? Na ja. Dann mal wieder auf, Kollege. Dankeschön. Tomfeld aktiviert. Das dürfte interessant werden. Das ist es, Gentleman. Wir haben ihn. Schalter umlegen. Hä? Explosion verstetigt! Öffne innere Tür! Innere Tür aktiviert! Es geht aus! Auf dem Lichtkontakt haben, meine Herren, erledigen Sie. Wir geben diesmal kein Risiko ein. Ich will den Ahnung noch schau es sehen. Ähm. Alcatraz. Links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegele die Wartungstür und übermittle ihnen Lockhards Position. Los! Wo? Los jetzt! Verstappen! Umschalten auf Vollautomatik! Ab! Er ist nicht mehr hier! Was zum Teufel ist da draußen losgehen, Ding? Kommen! Hm. Okay. Äh, anscheinend... Ha! Wenn ich das könnte, Junge! Ich hab' Sie nie für einen Feigling gehalten, Elke Dress! Kämpfen Sie gefälligst! Agrivi? Was? Ich soll kämpfen? Ach so! Muss ich denn alles selber machen? Ihr seid elite Soldaten! Ihr habt Ausrüstung! Was soll ich denn jetzt? Weg diesem Kleckrappro? Ich kann einfach gehen! Ich hab' Sie gewarnt, Lockhart! Ich sagte, Sie sind dem nicht gewachsen! Ihr kleines Mannspiel ist vorbei! Sie sind der nächste alter Mann! Wenn ich mit dem Arsch im Anzug hab' ich bin, sind Sie fällig! Nichts mit Hausarrest! Ich lasse Ihnen das seline Hirn raus! Bessere Männer als Sie haben uns versucht! Bessere Männer als Sie sind und wir sind die Suche, die wir wünschen stehen, dass es hier so ruhig gar nicht übersteigt wird! Dann wird aktiviert! Köpen Sie ihn! Mache ich... Niemand soll mir die Blecharsch bringen! Ich bin kein Blecharsch! Du weck'n ist sinnlos, Blechdose! Ach, halt die Gorsche, Alter! Immer durch die... Ah, ja! Wie komme ich denn da rein? Findet ihn! Findet ihn! Ähm... Äh... Quatsch! Nööööö, irgendwie nicht! Ja, nicht so schnell hierher! Rett... Geben Sie auch Blechdose! Sie haben keine Chance! Ach, halt die Klappe! Ich will deinen Kopf! Ich will deinen Kopf! Tja! Niemand sieht sein Geld, bis ich den Arsch im Anzug habe! Was? Was ist mit Geld? Ich krieg Geld? Geil! Warte, ich komm zu dir! Und gib dir meinen Arsch! Leute, bezahle ich euch eigentlich! Na? Was ist da los? Hä? Du hast doch langsam keinen Spaß mehr! Bla, bla, bla! Oh Gott! Immer diese... Hurra! Was ist denn? Äh, ist voll unfair! Ach ja! So entfernen! So! Ah! Was? Überall Leute! Oh Gott! Oh Gott! Ah Gott, ey! Es tut lange, aber echt weh! Wie komm ich denn denn locker dran? Ich bin fast beeindruckt, Blechdose! Aber jetzt sind wir mal ein! Niemand wies sein Geld, bis ich den Arsch im Arsch vorgabe! Na komm! Nein! Zum sterben! Schon ver... Äh... Schon vergehend entlockert? Er hat keine eure Leute... Er hat keine... Das können deine Leute nämlich ziemlich... Muss man sagen. Wo komm ich denn zu dir? Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Er ist nur ein verdammter Mann! Ja, ich bin nicht nur ein verdammter Mann, ich bin der verdammte Mann. Ich bin tot? Ja, okay. Wenn ihr meint... So! Bevor wir... Lockert! Ja, okay. Ja, ist gut. Ähm... Da bin ich mal die Folge. Bis dann! Und ich bin對... Vielen Dank.